Hallihallo meine Lieben, willkommen zu dieser Legung. Lass uns mal gemeinsam anschauen, was zwischen euch gerade passiert. Denk bitte an die Person, die dich interessiert und ich schaue für dich nach. Ja, heute so eine Blume und ich dachte mir, okay, er hat sich über Nacht transformiert und wurde fast wie ein Zombie. Ja, und da ich heute mich für die neuen Karten entschieden habe und das ist Zombie Tarot, dachte ich mir, das passt doch, ja. Auch der Mond signalisiert mir jetzt, ja, das war eine gute Eingebung, liebe Anna. Lass uns mal schauen, vielleicht ist er jetzt wie solch ein Zombie oder fühlt sich wie ein Zombie, keine Ahnung, werden wir rausbekommen. Mach es dir gemütlich, like diese Legung, abonniere, falls du es noch nicht gemacht hast, auch wenn du schon ein paar Legungen von mir angeguckt hast, dann ist es dir höchste Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Aktiviere auch die Glocke, damit du nichts verpasst. Hier würde die höhere Macht das beschreiben, was jetzt zwischen euch geschieht. Sechs der Münzen, wir schauen weiter. Okay, diese Energie ist ganz schön spannend. Hier bittet eine Frau sich an, ja, und sechste Münzen ist eine Karte des Gebens und Nehmens. Und sie gibt ihre Hand und sagt, so liebe Zombies, Essen ist serviert, ja. Wenn ihr da seid, dann seid ihr da. Und eventuell schmecke ich gut. Ja, ein bisschen makaber, aber das ist alles hier sehr humorvoll gemeint. Wer bietet zu viel an? Jemand bietet hier zu viel an. Da muss man sich fragen, wieso bittet man etwas an, was eventuell zu viel ist. Ja, einfach mal zum Nachdenken. Vielleicht wird es irgendwelche Gedanken in dir wecken. Nicht, dass man dann auch irgendwo überrascht wird von dem, was kommt. Ja, vielleicht gibt es dann wie so einen Urknall und dann gibt es eine Riesenparty. Dann gibt es etwas Unerwartetes, eventuell aber auch dennoch Gewolltes. Ich rede heute ein bisschen geheimnisvoll. Ich möchte mal ein bisschen Klartext. Noch mehr Klartext. Na gut, sagen wir mal so. Wer ist denn hier mehr auf Eigenvorteil? Ja, ja. Okay. Ich würde sagen, er hat schon seine Vorteile. Du eventuell sogar auch. Oder es geht nun mal um sich, weil du in seinen Augen eine wertvolle Person bist, weil es nun mal Zustände gibt, wo der Mann sich ganz gut überlegt, okay, wie gehe ich denn vor? Ja, hier kommt der Magier und der König der Schwerter zeigt sich. Vielleicht ist er auch ein Luftzeichen. Wage, Wassermann oder Zwillinge. Das könnte ich ja sein. Oder dieser Mann ist einfach mal jetzt mehr rational unterwegs, besonders bei dem Magier. Ich gucke mal gleich, ist das hier mehr in Richtung positiv oder negativ. Also ich denke, das ist tatsächlich wie so eine Haltung, wo ganz viel mental kontrolliert wird. Bloß nicht Emotionen regieren lassen, sondern ganz nüchtern überlegen, was unternehme ich als nächstes, wie handele ich, was sage ich. Es geht hier um normalen und auch klaren Menschenverstand seinerseits. Das könnte hier noch für ein Thema sein. Wenn du dich fragst, okay, in welcher Energie ist er jetzt? Er ist sehr sortiert, er ist strukturiert, er ist vielleicht sogar diszipliniert. Bloß nicht jetzt in Hektik geraten und irgendwas von sich geben, was er vielleicht sogar bereuen würde. Also auf jeden Fall, der Magier in diesem Deck erzählt auch davon, ja, an sich habe ich all das, was ich brauche an meinen Ressourcen. Ich kann selbst auch Dinge bewegen, Dinge kreieren. Und ich bin in der Lage, an sich zu gestalten, aber ich möchte auch Gewinn haben. Ich möchte etwas Gutes bekommen, etwas Wertvolles. Vielleicht ist da hier auf Juwelen aus. So ein Juwel möchte ich bekommen. Vielleicht du, ja, wie so eine Perle, wie so ein Juwel, wie so ein Diamant. Okay, ich habe gefragt, was für ein Thema? Angst vor Unzulänglichkeit. Ja, kann sein, dass er Angst hat, dass du ihn ablehnst. Ja, ganz klar und einfach gesprochen, wie die Karten selbst für sich erzählen. Das ist nun mal eben dieser Kontext. Risiko. Ja, das ist ein Risiko. Will ich zu ihr oder will ich etwas unternehmen? Das ist ein Risiko. Wie du siehst, es ist nicht einfach, ja. So ein Seil zwischen hier zwei Berge zu spannen. Ja, man kann eben in die Tiefe hier abstürzen. Wird man denn da begrüßt? Ja, du stehst zwar hier. Ja, es sieht schon so aus, als ob das Wetter auch freundlich ist. Ja, es sind immer noch die Energien, die auch Einfluss haben. Das heißt, Umstände. Wie ist das Wetter? Ja, kann man überhaupt hier riskieren? Na gut. Dann, wie sieht er eure Situation? Wie sieht er die Situation zwischen euch? Und wie siehst du? Damit wir mal schauen, ob eure Weltanschauungen irgendwo tangieren. Ja, ob es denn hier, ja, wie so eine Quersumme gibt. Versteht ihr euch denn überhaupt, ja? Wisst ihr überhaupt etwas voneinander? Kann man denn da von Überschneidungen reden? Wie sieht er die Situation? Wie siehst du die Situation? Und was ist zu der Quersumme hier? Dann noch ein bisschen davon. Er und du und die Quersumme. Erstmal, er, schon wieder Risiko. Ja, er sieht es genauso, wie die höhere Macht. Er findet, das ist ein Risiko. Und er ist ein Herrscher. Er möchte als ein cooler Typ gesehen werden, ja, nur noch sich auch irgendwo die ganzen Gedanken machen, wie werde ich so auftreten, damit ich gesehen werde. Ja, damit sie es auch versteht, dass ich eben dieser gute Mann bin. Warum ist es für ihn so wichtig, dass du ihn in diesem Licht siehst? Sich absichern auch. Sich absichern, das ist wie so eine Kontrollsucht. Das ist wie, ich möchte nicht verlieren, auf gar keinen Fall. Ein Herrscher möchte auf gar keinen Fall verlieren. Vielleicht auch so ein kindisches Verhalten, auch irgendwo so ein kindisches Interesse, ja. Das Kind hier kann sich nicht um sich selbst kümmern, ja, und ist auch auf Hilfe von außen angewiesen und möchte umsorgt werden. Ich bin hier, siehst du mich? Ich habe Hunger. Ich habe Durst, ja. Kümmere dich um mich. Gib mir irgendeine Spritze, ja. Gib mir deine Hand, gib mir deinen Arm. Okay, ich denke, das spricht schon Bände. Jetzt du, sich ungewohlt fühlen. Vielleicht fühlst du dich ungewohlt, ne. Durch so sein Verhalten. Und es könnte sein, ja, der Typ versucht so gut wie möglich vor dir aufzutreten. Eventuell ist es nicht einfach für ihn, ja. Vielleicht ist es nun mal so seine Welt, dass er, sei es, nie abgelehnt wurde. Oder er ist nun mal so einer, der sowas von selbstbewusst ist und selbstsicher, ja. Sodass er das nicht mal dich vorstellen kann, sodass er da irgendwas riskiert. Und dass es, sei es, um sein Ego geht, ja. Sodass er da Verletzungen erleidet. Oder dass es ihm nicht gut geht. Nach einer, seit dieser gewissen Ablehnung. Und du denkst dir, okay, dann ist es wohl so, dass du ungewohlt bist. Ja, weil er hängt hier. Er ist so in seiner Welt gefangen. Und gibt es denn hier Überschneidungen? Ich denke schon, weil das eine bewirkt das andere. Und auch umgekehrt, ja, hier gibt es nun mal Aktion, Reaktion. Dennoch, ich denke, diese Quersumme, die besteht darin, okay, wie geht es denn überhaupt vorwärts? Ja, wie geht es weiter? Was ist denn die Entwicklung daraus? Denn auch Dinge, die stagnieren, die gehen irgendwann wieder nach oben. Es gibt nicht nur immer nur tief, ja. Mal gibt es auch Höhepunkt. Zwiespaltigkeit. Total, total ist das eine Zwiespaltigkeit, ja. Und hier birgt diese Karte auch so eine Gefahr, weil wie du hier siehst, hier sitzen zwei auf so einem Friedhof und beweinen, ja, und trauern. Und die Aussage von dieser Karte ist, verbleib nicht zu lange in so einer Energie, weil es könnte für dich gefährlich werden. Guck mal, da sind schon die Zombies, ja, die haben die beiden schon anvisiert. Und je länger die dort verbleiben, desto gefährlicher wird es für diese beiden Menschen, okay? Ja, Zwiespaltigkeit hin und her, aber dennoch muss man da auch an sich denken. Er denkt schon an sich. Da brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen. Jetzt geht es nur noch eventuell auch um sich, ja. Was würde die Höhere Macht dir empfehlen in dieser Situation? Das ist auf jeden Fall auch ein riskantes Spiel. Nicht nur für ihn, sondern auch für sich. Risiko für beide, ja. Risiko für beide. Auch selbst Angst vor Unzulänglichkeit oder einfach mal das Gefühl, ungewohlt zu sein. Auch nicht verstehen können, wieso handelt die Person so, wie sie handelt, ja. Man kann das analysieren, solange man will, ja. Aber die Zombies, die sind ja fast schon da, okay? Sogar die Blume hat sich schon verwandelt. So, und hier ist es wie so ein riskantes Spiel, ja. Sagt sogar die Höhere Macht. Und was kommt denn hier raus? Ängste sind trotzdem dabei, ja. Da, wo die Ängste sind, dort sind die Potenziale. Erforscht eure Ängste. Ja, natürlich gibt es hier Hoffnungen, gibt es Visionen, dass es doch noch gut ausgeht, ja. Dass das hier doch noch paradiesisch für euch ausgeht oder für dich ausgeht. Aber du bist voll bewaffnet, wie sie da sitzt, ne. Und das, was sie sich da vorstellt, das ist nur noch positiv. Aber die Realität, die ist gefährlich. Und die ist schon gefährlich, okay? Welche Gefahr ist das? Gibt es hier tatsächlich Gefahr für dich? Interessante Aussage. Gibt es hier Gefahr für dich? Ich weiß nicht. Ich sage es einfach, wie es kommt. Ich muss nicht alles hier interpretieren. Das kannst du selbst für dich überlegen, wie das so gemeint ist von den Karten. Ich habe gefragt, gibt es hier Gefahr für dich? Und der König, der schwer darf, den wir heute schauen. Er könnte zu seinem kommen, ja. Weil er war ja darauf erbicht, das hier zu bekommen, ja. Die ganzen Juwelen und so weiter und so fort. Und das ist ja so eine gute Energie, ja, wo dann zwei doch noch zueinander finden. Sei es auch, man ist zu unterschiedlich. Ja, hier wird das hier verspeist. Und hier eine normale Mahlzeit. Aber trotzdem sitzen die am Tisch, ja. Und das ist immer noch zwei der Kelche. An sich in einem anderen Deck eine ganz, ganz interessante Energie, ja. Wie so eine Zweisamkeit, ja. Wo zwei eventuell auch einen Dialog führen. Und ich würde sogar sagen, sodass man hier auch diese Zwiespaltigkeit durch Ausgleichen von Unterschieden beseitigen kann. Kannst du dir aufschreiben. Unterschiede ausgleichen. Oder wie gleicht man die aus? Man lässt sie einfach zu. Es ist nur mal gegeben, ja. Einer ist von so einer Art und du bist von einer anderen Art. Und das ist ja sowieso Gegebenheit. Wir können uns überlegen, ach, sei es, wir können die Menschen formen. Wir können vielleicht da etwas verändern, hier verändern. Aber dann verändern wir schon die Person, ja. Und wie hat dir diese Person gefallen? Weshalb guckst du auf diese Karten hier heute, ja. Weil dir diese Person irgendwie gefällt. Und da, wo wir anfangen, andere zu verändern, dann sind wir mit dem anderen nicht wirklich zufrieden. Ja, dann sollen wir uns selbst fragen, was habe ich denn für ein Problem, ja. Wieso möchte ich andere verändern? Dann ist es wohl mehr mein Thema, ja. Immer zurück zu sich, zurück. Und sich fragen. Weshalb, du interessierst dich für diese Person, ja. Aber wieso willst du diese Person jetzt plötzlich verändern? Das ist doch, das widerspricht sich. Natürlich, eventuell hat man da ja irgendwelche Vorstellungen. Ja, ich soll nur noch nach meiner Pfeife laufen. Ich soll so und so laufen. Ja, also hier auf jeden Fall die Lösung. Gegensätze ziehen sich an. Nicht nur aus, ja. Sondern die ziehen sich an. Und das sollte man einfach annehmen. Das sind nun mal eben zwei unterschiedlichen Welten. Zwei unterschiedlichen Seelen. Und wie soll das denn anders sein? Soll man immer wieder mal sich gleich sein? Ist das nicht irgendwann auch? Sei es sogar eventuell langweilig oder uninteressant. Nimmt man sich auch selbst Wachstumspotenzial raus? Denn überall, wo wir sehen, ah, da eckt etwas an. Ja, da ist etwas. Da ist irgendein Konflikt hier. Oder das und das. Passt nicht. Das ist ja immer wieder, wie wir so eine Herausforderung von einer höheren Macht. Um zu überlegen mal, okay, wie komme ich damit klar? Denn unser Leben besteht ja nun mal fast schon ständig aus solchen Entscheidungen, solchen Überlegungen. Und da, wo wir denken, wir können unser Leben einfach mal ganz, 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 ganz ohne zu überlegen leben. Ja, ohne uns immer wieder mal zu entscheiden leben. Ohne uns irgendwo auch anzupassen leben. Das könnte schwierig sein. Vielleicht sogar mal schwieriger, als es sein könnte. Ja, man muss sich das Leben nicht noch schwerer machen. Denn es wird, ich habe so das Gefühl, als ob hier versucht wird, etwas wie so etwas Illusorisches, wie etwas, was man nicht wirklich fassen kann, zu verändern. Man weiß vielleicht nicht zu 100 Prozent, was will ich denn überhaupt verändern? Vielleicht muss man da gar nichts verändern. Ja, das ist wie so, mein Kopf entscheidet, meine Erfahrung entscheidet, meine Ängste entscheiden. Ich werde von dem geführt, was meine Ängste mir sagen. Es ist gefährlich, es könnte ein Risiko sein, du könntest abstürzen. Oder für sich, ja, vielleicht bist du gar ungewohlt. Ja, aber diese Person hat sich auch für dich interessiert. Oder interessiert sich immer noch für dich. Interessiert er denn sich für sich? Die Zombies, die interessieren sich für die Frau auf jeden Fall. Die sind sehr interessiert. Die Sonne steht meistens für Ja. Also das ist ja auch wie so eine Ja-Karte. Aber dennoch mit so einem Beigeschmack, Hauptsache es geht mir gut. Weißt du? Weil die entfliehen hier in so einem Helikopter und die Stadt wird überfallen. Ja, und denen geht es ja gut. Okay. Die denken ja gut an sich. Ich meine, selbstbewusst ist es auf jeden Fall. Er interessiert sich für dich, solange du ungefährlich bist. Das noch. Ja, das noch. Da, wo er sich vielleicht denkt, diese Frau, die könnte Schaden anrichten. Ja, der Turm. Da muss ich eventuell mal aufpassen. Was will er von dir? Er will, dass du auch wie so ein Kind bist. Ja, so dass du sagst, du eigentlich bin ich harmlos. Schauen wir mal, ich bin hier am Strand. Ich baue hier auch meine Sandtürme. Ich bin genauso, sei es mal wie du. Ich bin auch ein Mensch. Ich bin auch ein Zombie, mal. Das ist jetzt hier ganz Zombie, ja fast, ne? So ein Gehirn hier in seinem Eimer. Ich bin harmlos. Ja, das ist die Aussage. Als solche Person wissen möchte, okay, was wird mir gesendet? Ja, was wird hier ausgesendet? Kann ich diesen Botschaften, ja, vertrauen? Oder ist es Propaganda? Und du, die ewige Krankenschwester, ja, ich kümmere mich um alle. Ich versorge hier alle. Oder wo sie selbst schon nicht mal ihren Arm hat, ja, ist er immer noch die Retterin der Welt und der Menschen. Das auf jeden Fall ist wie so eine Aussage, ja, an sich wäre es schön, wenn sie mir zuhören würde. Ja, irgendwo möchte man sich auch zeigen, aber sich zeigen heißt auch gleichzeitig sich verletzbar machen. Naja, so ist der Preis eben. Das wissen wir doch. Wer nicht riskiert, der trinkt kein Champagner. Welchem Architekt ist er? Das fühlt man schon mal Mediator. Ja, Mediator, wo man dann doch noch sich überlegt, okay, wie kann ich denn die Zwiespaltigkeit überwinden? Überwinden. Schauen wir mal gleich so verhandeln, ja. Auch fair zu verhandeln und Strategie zu haben, wie man im Leben professionell handelt. Na gut, also diese Karte, die ist mehr in Richtung Konstruktivität, ja, also das ist schon ganz gut, dass hier Mediator fällt als Archetyp auf ihn. Oder es bedarf hier wirklich irgendeinem Mediator, ja, sodass jemand Drittes hier sich einmischt. Vielleicht hat sich schon jemand eingemischt, sei es Höre Macht oder irgendeine Person, ja, wo es geschaut wird, wie kann man denn diese Beide, ja, die Beiden verbinden. Wie findet man die gleiche Sprache? Auch wenn die nicht gleich sind, können die doch trotzdem irgendeine gleiche Sprache sprechen. Welcher Archetyp bist du? Shapeshifter. Du bist mir auch so getrimmt, dass du schaust, okay, ich sehe da und da Potenziale und ich versuche das Beste daraus zu machen. Das ist mehr so die hohe Ebene, würde ich sogar sagen, sodass du von oben guckst, ja, dich interessieren vielleicht diese ganzen Gefahren nicht, die wir gesehen haben. Dies und das und diese Ängste, sondern du schaust mehr von oben und siehst irgendwo Potenziale, ja, und das muss nicht heißen, dass du alles Negatives ausblendest. Das muss nicht sein oder Positives nicht siehst, denn da besteht ja eben diese Kunst, damit etwas eben verschoben wird, ja, damit es eine andere Gestalt gibt. Da muss man das ganze Bild auch sehen. Wie sehe ich das Bild und wie kann ich das drehen? Und du versuchst ja eben dieses Bild so gut wie möglich für dich zu erfassen und arbeitest wirklich auch mit deinem ganzen Selbstbewusstsein an dem, wie forme ich. An sich ist das auch wie so eine gute Energie, ja, und wenn ich da, heute bin ich irgendwie selbst. In so eine Richtung gegangen, wo ich sage, okay, Quersumme, ja, passt das denn zueinander, ja, wie so ein Mediator. Ich bin heute auch wie ein Mediator, sodass ich schaue, okay, was ist denn jetzt, gibt es hier eine Summe, ja, gibt es hier etwas, wo ich sage, das matcht. Ja, das passt. Ich würde sagen, ja, das passt sogar von der Energie her, von dem, was euch bewegt, ja, wie ihr euch präsentiert. Das ist wie Intention. Die ist ja bei beiden in die Richtung, in die gleiche Richtung gelenkt. Wir stellen uns jetzt mal vor, es gäbe so diesen gewissen Mediator zwischen euch. Aber was wäre das Optimalste für euch beide, was dieser Mediator oder Mediatorin euch ans Herz legen kann? Wie würde die Person oder die höhere Macht vorgehen? Hier, bitteschön. Dinner for two. Einmal Zombie-Menü, einmal ohne Fleisch. Na doch, mit Fleisch, aber sieht noch gesünder hier aus. Hier gibt es Gehirnessen, ja, Gehirnessen. Ja, an sich, Dialog. Das ist ein Dialog. Diese Karte haben wir auch gesehen, davor. Und wenn du los hast, dann sitzt du hier. Anstatt hier sitzt zwar der Mann und hat hier so ein Gehirnchen, aber irgendwann isst du ja auch hier so ein Gehirn. Ja, vielleicht denkt er sich, ja, sie frisst mir einfach mein Gehirn. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sie verspeist mich einfach. Es sind so viele Gefühle da. Ja, auch Sadness musste ich sofort sehen. Ja, so Sadness, so Traurigkeit. So viel und schon wieder Gehirn. Ja, ganz viel los. Ganz viel, auch emotionaler Natur. Nicht nur Gedanken, auch ganz viele Emotionen. Auch vielleicht irgendwo Hass und Liebe. Und auch, ja, so verärgert sein. Und auch Hunger, ja. Und auch irgendeine Art wie... Bestätigung kommt mir auch hier rein. Sehr widersprüchlich, sehr widersprüchlich, sehr riskante Unternehmung. Wofür ist das Ganze hier gut? Ich merke schon die Komplexität. Aber meistens dort, wo es komplex ist, vielleicht sogar kompliziert, ja, dort gibt es auch die meisten Gewinne, nennen wir mal. Gewinne. Natürlich mit Verlusten, aber dennoch. Transformation, ja, und das ist wie so eine Bestätigung. Etwas wird sich transformieren, etwas transformiert sich. Etwas nicht so, wie es war. Und es gibt hier eben auch die Chance zu entfliehen, ja, so aus diesen Konflikten zu entfliehen, aus dem zu entfliehen, was uns auch zerreißt, was für uns gefährlich werden kann. Hier zum Beispiel, zwei Zombies, ne, die wollen seine Hand hier haben, ne, seinen Arm. Und die Person hat jetzt Zeit, um abzuhauen. Ja. Wäre doch günstig eventuell für die Person, wenn die es schafft, ja. Und es ist wie so eine Art, es ist wie so eine Chance zu entfliehen, von dem zu viel zu entfliehen, durch die Veränderung zum Besseren, ja. Das ist die Zehn der Kelche. Hier sitzen die beiden, ja, nicht nur, hier gibt es noch Kinder, ja. Und da hinten, da gibt es eben irgendeine grausame Geschichte. Ja, aber das ist ein bisschen weiter entfernt, die sind immer noch hier, die sind im Trockenen, alles ist gut. Naja, Kraft, ja, Kraftakt, unter anderem, das ist auf jeden Fall auch Kraftakt. Damit es eventuell das hier auch gibt. Damit er sich hier auf deinen Schoß legen kann und du bist dann schon sowas von zufrieden. Also sie ist zufrieden, ja, sie isst seinen Kopf nicht mehr, ja, sein Gehirn mit so einem Löffel, löffelt sie nicht mehr aus, ne. Sie ist schon satt und sitzt da und man darf sich schon mal hinlegen, das ist schon mal ungefährlich. Was möchte er von dir in dieser Situation? Okay. 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 Abenteuer. 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 Ja, das ist Höhepunkt. Ich sagte, irgendwann gibt es hier Höhepunkte, nicht nur Tiefpunkte. Das ist eventuell euer Höhepunkt. Ja, das wünscht er sich wohl. Und dass du auch die Waffen niederlegst. Das haben wir auch gesehen. Sodass du es nicht so gefährlich gestaltest. Vielleicht möchte er sich absichern und schauen, okay, ist sie gefährlich oder doch nicht. Und du so, was würdest du ihm sagen? Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Schauen wir mal. Und sonst noch eine Energie. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Kraft. Dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhört werden. Ja, ich denke, Mediatoren oder Mediator, hast du es schon gehört. Lausche in dich hinein. Finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Was steckt denn hinter deinen Gefühlen? Und hier abwarten. Überstürze nichts, lasst die Dinge ihren Lauf nehmen. Ja, meine Lieben, danke für eure Aufmerksamkeit. Abonniert, aktiviert die Glocke. Für private Legungen stehe ich zur Verfügung. Informiert euch über den Online-Kurs Energien der Herrscherin. Und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal und ganz, ganz viel Liebe zu dir rüber. Bye, bye.